Lino Marcini, die Revanche ist gelückt, nach dieser Reise zu viel zu klatschen. Alles gut? Ja, nicht alles. Wir sind sicher froh, dass wir gewinnen konnten und die drei Punkte abhalten konnten. Wir haben vieles richtig gemacht, aber trotzdem haben wir uns immer noch schwer getan. Da gibt es sicher noch Arbeit vor uns, aber jetzt geniessen wir, dass wir gewonnen haben und die drei Punkte abhalten konnten. Wir haben das Thema Social Media bei uns beim eSports und der User FabianWei29 und wollen von Lino Marcini gerne wissen, wie feiern Sie heute noch Ihren Geburtstag? Ganz ehrlich gesagt nicht mehr gross. Jetzt noch ein Shake nehmen, etwas essen und vielleicht noch ein bisschen vor dem Fernsehen. Ganz ehrlich, ich mache nicht mehr viel. Nach dem Match ist mir meistens noch etwas aufgewühlt. Emotionen und Adrenalin sind noch da und darum nach Hause gehen, aber wir runterfahren. Wir haben noch zwei Spiele diese Woche und darum geht es regenerieren. Ich gratuliere und gleich noch einen schönen Geburtstag. Danke vielmals. Danke.